So und damit herzlich willkommen wieder zurück in die letzte Playtogether Landwirtschaft Simulator 2013 mit mir in Sachsen-Netzplayer und natürlich wieder mit dem Tino. Grüßt euch Leute. Wir sollten vielleicht noch etwas in unserer Begrüßung mit aufnehmen hier auf der Mic Map, weil immer wieder nachgefragt wird, was das hier für eine Map ist. Steht da oben Thumbnail drin, ganz groß und deutlich. Mic Mac. Mic Mac. Mic Mac. Ah, fahren wir nachher zu McDonalds, wenn du schon mit Mic Mac bist. Also bei mir wird es nicht gefragt, weil bei mir steht auf dem Thumbnail gigantisch groß Mic Mac. Ah so, bei mir steht es. Ne, LPC Mic Mac. Ne, in der Beschreibung kann ich euch leider nicht noch klatschen, die ist schon lange genug. Ja. Davon mal abgesehen. Ja, ich wollte gerade noch auf Tino, wo er mit seinem Kipper wieder hier angehudelt ist. Den kannst du eigentlich dann gleich vorne, wo wir angefangen haben, hinzustellen, weil da durften wir ja eigentlich hinkommen mit dem Tank. Ja, da fahre ich sowieso gerade hin, die Richtung hatte ich schon angepeilt. So, naja. Haben wir aber noch einiges zu tun hier, du meine Fresse. Der kann uns ja der Arsch nicht einrosten. Dir kann uns definitiv der Arsch nicht einrosten. Und heute Abend auch nicht, denn heute Abend wird geknallt. Im übertragenen Sinne. Ja. Also ich knall heute Abend auch und ich habe keine Böller. Naja, egal. Ja. Wir haben darüber auch mal gesprochen. Schön, dass wir noch mal drüber gesprochen haben. Was Alkohol als Menschen macht, das wissen wir ja jetzt schon. Ja. Ja. Genau. Aber wie gesagt, da bleibt nicht jeder nett und freundlich, wenn er was getrunken hat. Das muss man einfach mal so sagen. Ich habe da schon die dollsten Sachen erlebt. Die dollsten? Ja, ja. Aber ich bin dann eher immer der so, bin dann immer einer, der noch lustiger wird, noch freundlicher wird und handzahm wird. Und ja. Ja. So. Das Feld ist irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, gefällt mir. Generell gefällt er hier so, dass er alles so bunt durcheinander ist. Und nur so ein paar Grasstreifen dazwischen. Man muss immer aus der Einfahrt suchen. Das ist schon geil. Das läuft. Das läuft. Ja, wie gesagt, heute knall man halt im übertragenen Sinne. Ah ja. Dann kommt er an gedudelt. Dudeldudelt. Da bist du noch gar nicht so weit. Ja nö, ich habe hier eigentlich auf dich gewartet. Jetzt muss ich bloß grad mal gucken, ob ich hier das richtig ausgerechnet habe. Achso, ich soll da vorne entlegen. Ach, scheiße. Hm. Ja, da solltest du, da vorne solltest du eigentlich abstellen. Wohlbemerkt auf eigentlich. Jo. Bin ja gleich einmal rum. Ja, läuft. Kannst du da vorne abstellen. Eieee. Das läuft aber nicht bei dir, oder? Nö, hab ich mich auch ein bisschen verkalkuliert. Ja, dann fahr du mal vorne weg. Was hältst du denn davon? Eigentlich immer die bessere Maßnahme vom Feldrand an. Befangen. Naja, gut, egal. Naja, wie gesagt. Ich habe gedacht, ich lasse hier ein bisschen übrig, aber da habe ich das Schneidwerk doch ein bisschen zu groß eingeschätzt. Hm. Kannst du ja jetzt gerne korrigieren, während ich das jetzt hier nochmal ausfladderadenzele. Äh, nochmal bitte, was machst du jetzt? Ich flatteradenzele das jetzt aus. Aha. Das klingt auf jeden Fall schon mal wie irgendeine Blumenart. Ja. Flatteradenzchen oder so, weißt du? So auf Deutsch. Ja. Na gut. So. Ja, wie gesagt, nur um endlich mal das Thema hier wieder weiter anzubringen. Ja, wir knallen heute im übertragenen und Tino halt im nicht übertragenen Sinne. Ja. Kann man machen, wie wir wollen. Vielleicht hat sich in den letzten Tagen noch was getan und Tino steht jetzt doch hinter mir. Ich glaube zwar weniger dran, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Selbst stoppt sie. Immer. Ich habe die Hoffnung noch bis 23,59. Dann aber nicht mehr. Ja, ja. Was hast du eigentlich geplant? Äh, ne, ist jetzt auch wild. Naja, doch, ne, ist eigentlich egal. Was hast du eigentlich geplant? Ich muss mir jetzt unbedingt abgewöhnen, so eine Mimik zu machen. Die Webcam hilft nicht. Immer irgendwie so nett und freundlich zu gucken. Ja, das ist so. Drei Tage Livestream, kriegst den Klatsche nachher. Denkst du, äh, du zeigst dich grad. Ey, nicht rempeln. Nicht re, nicht re. Nicht re, nicht re. So, was wolltest du sagen? Jetzt wieder Drift angesagt. Alter. Ich hab voll eingelebt. Ey, Tokio Drift für Arme. Ja, scheinbar. Tokio Drift für Mehtrescher. Ist ja genial. Was machst denn du? Naja, ich halte Abstand zu dir, bevor du wieder rüber ziehst wie so, Ochse. Ja, ich hatte voll eingelenkt in die andere Richtung, falls es dir nicht aufgefallen ist. Ne, ist mir aus Zufall nicht aufgefallen. Außerdem fährst du bestimmt wieder langsamer wie ich. Ich hab Tempo mal zwei dran. Ja, hatte ich auch. Also ich voll 14. Ja, ich fall 16. Naja, besser. So, ähm, nur sag nochmal deinen Satz wo ich dich wieder so harmonisch unterbrochen habe. Keine Ahnung. Achso, äh, Livestream. Was hast du da eigentlich geplant? Silvester Livestream? Ganz ehrlich? Nicht. Nicht? Gut. Ne. Quatschen. So übelst krasser Gangster a la Tischfeuerwerk ansenden. Nein! Du bist ja nicht krass. Doch! Ich bin da ja schon das Tischfeuerwerk Richtung Webcam halten. Ja. Lauter so ne Scheiße halt. Ja. Renni, dein Portemonnaie ist zu diesem Zeitpunkt auch bestimmt 200 Euro leichter, oder? Ich glaube weniger. Ich denke mal, ich werde mich beherrschen. Was heißt das? Größenregional? Was? Preistechnisch ja? Ja. Ja, machen wir vielleicht 100, machen wir vielleicht 120. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Das kommt ganz drauf an, was in den Geschäften vorherrscht, wenn da so ein Vollidiot neben mir ist. Das war zum Beispiel letztes Jahr so, da war es bloß Wortlaube bei Kaufland. Da habe ich gerade mein Zeug Ei gesackt und neben mir steht da irgendwie so ein Klon, auch keine Ahnung, lass den mal 3040 gewesen sein. Mhm. Und der schnappte sich halt, er backte gerade auch sein Zeug ein und ich glaube fast das gleiche wie ich. Und da hatte ich so das Gefühl, der will es unbedingt wissen, weil der backte immer eins mehr Ei wie ich. Und da hatte ich gedacht, leck mich am Arsch, jetzt nehme ich das noch mit, das noch mit. Von den zwei, von denen noch eine. Bis er dann irgendwann mal abgetreten ist. Wie doof ist denn das? Was? Ich wette mit dir, der hat das so gewollt. Ihr habt euch gebettelt? Wer mehr Silvesterknaller im Korb hat? Ei, nein. Das ist nicht dein Ernst. Der kam mir so vor, der guckte immer so blöd und backte dann das gleiche und immer eins mehr. Da habe ich gedacht, leck mich am Arsch, jetzt nehme ich das und das und das. Und irgendwann hat er eh was zurückgelegt und ist dann gegangen. Ich weiß nicht, ob der das alles aus der Kasse geschleppt hat, aber ich habe es bezahlt. Weißt du was? Kann er mich am Arsch legen. Das ist ein Animationsverkäufer direkt von dieser Supermarktkette, in der du warst. Das kann null möglich sein. Das war ein Angestellter. Da hat er dann alles wieder eingeräumt und auf den nächsten gewartet. So werden die Umsätze generiert. Ne, aber sowas kann ich dann nicht ab, wenn dann einer denkt, er muss mehr oder Dings nehmen. Gerade dann vielleicht noch, wenn es der Nachbar ist oder so. Ne, das geht ja gar nicht. Ach, ne, herrlich. Ne, aber ich habe den Vorteil, dass ich doch eh den gesamten Block bin, der für sowas überhaupt Geld ausgibt. Aber das ist eigentlich jedes Jahr schön. Jedes Jahr drüben beim Nachbarn das ganze Jahr sagt immer nur so Hallo und Grüße und Gott und so was. Da wird man drüben eingeladen zum Saufen. Warum nicht? Das ist schon komisch, ne? Nur mir ist das relativ egal, solange es kostenlos Bier gibt. Ja, na ja, gut. Ist mir das relativ. Zumal sind das ja auch die Leute, die sich das Ganze dann angucken, sodass ich dann hinterher sagen kann, ja, es hat sich gelohnt so viel auszugeben. Es wäre ja scheiße, wenn ich alleine unten stehe und gucke mir das alleine an. Da würde ich mir auch dämlich vorkommen. Ja, das stimmt, ja. Aber ich habe dieses Jahr sowieso das Problem, ich habe hier unten so drei Wiesen oder drei solche Vordinger. Zwei sind glaube ich solche Waschdinger hier, wisst ihr was ich meine, solche Dinger, wo man seine Wäsche aufhängt. Ja, ja, ja. So, Wäschelein. Wäschelein aus Holz und ich wärme mir glaube ich die linke Wiese. Das Problem ist aber, dass ich dieses Jahr scheinbar haufenweise... Müsste auch abgetankt werden. Ja, ja, ich wüsste, ich komme gleich. Dass ich dieses Jahr haufenweise solche... Warte mal, ich habe ja die Werbung hier vor mir, ich weiß gar nicht, wie sich das schimpft. Hubala, warte. Mit einer Hand fahren, mit einer Hand steuern. Ich habe jetzt gerade all die offen. Das ist ja Privatgelände hier. Ja, genau. Ich habe irgendwo... Wääh! Äh, irgendwo... Warte mal, das ist... Ah, scheiße, das ist Kaufland. Warte mal, Rewe. Ich glaube, Rewe war... Na! Scheiße, was mache ich denn? Ich glaube, ich sollte doch erstmal mit dir bis zwei Händen fahren und dann gucke ich mal. Irgendwo... Rewe hat wieder diesen ekelhaften Monster Energy im Angebot. Wer säuft denn die Blöcke? Na, ich weiß auch nicht. Na ja, Cobra säuft das Blöcke, seit dem Call of Duty drauf ist. Ja. Ah, voll geil. So! Also ich kann gar nicht ran. Mach mal eine Runde. Oder geht gar nicht weiter? Warte, warte, warte. Ne, ist Max. Ist Max. Läuft bei. Ähm. Da. Da ist er wieder. Jetzt gucke ich gerade mal... Ne, warte mal. Das war's nicht. War's Aldi oder war's Netto? Ich glaube, dann war's Netto. Ich hab da jetzt Aldi... Ich hab da jetzt schon alle durch. Mensch Leute. Da sind solche... Da sind solche... Ähm... Verdamm... Nochmal... Solche... K... Irgendwas mit K... Äh... Fächer. Fächer. Genau. Solche... Dings hier. Solche Fächer. Batterien. Sprich die schießen in... Ich glaube 45 Grad Winkel nach oben. Oh. Nach links und rechts. Und... Da wär's wohl dieses Jahr so das kleine Problem haben, weil immer... Ich mach das zwischen den zwei Blöcken. Also zwischen meinem Block und dem Nachbarblock. Ja. Die stehen sich gegenüber und ich glaube... Der Winkel zu der Wiese hab ich schon mal geguckt. Das könnte keine 45 Grad sein. Ne. Nicht, dass es dann oben im fünften Stock bei irgendeinem... Mal Grabums... Grabums macht und bunt wird. Deswegen muss ich das dieses Jahr ein bisschen anders stellen. Beziehungsweise mal vor der Quere. Beziehungsweise vor der Länge. Dass das halt... Woanders hinschießt. Aber nicht auf die zwei Blöcke zu. Ja. Das wär auf jeden Fall schlecht. Wenn's Umlaufen am Fenster klopft. Ich meine... Vor zwei Jahren ist mir das mal passiert. Ich... Aber Gott sei Dank nicht bei so einer großen oder bei so einer kleinen. Die ist halt beim Zünden ist die halt einfach umgefallen. Ja. Die hatte halt keinen Boden oder irgendwas. Ja. Da hat's mal so im Hauseingang so Klatsch und Radaradatsch gemacht. Ja. Da bist du mal nach links und rechts geächtet. Wenn das Gelumpen angeflogen kam. Es war aber auch lustig. Aber abkriegen werde ich die Dinger auch gern. Ne. Die werden heiß. Die werden sehr heiß. Aber es war schon mal eine lustige Sache. Ne. Ne. Das war so eine richtig kleine. Die aber bummst. Ich glaube das war so eine kleine mit 36 mm Kaliber aber. Ja. Die Dinger sind zwar klein rumsen aber wie Sau. Und wenn die nicht richtig fest auf dem Boden stehen die fallen schnell mal um. Bei den großen 500 Kilo. Äh 500 Kilo. 500 Gramm Batterien. Wo 500 Schusspulver drin ist. Da passiert das eher weniger. Weil die wiesen ja alleine schon 3 Kilo. Nur von der Verpackung her. Die stehen wo sie stehen. Die stehen wo sie stehen. Hammer wo Bums. Und ich sage immer an den Batterien oder an Silvester ist eigentlich nicht die Effekte sind natürlich auch wichtig. Auch die Lautstärke ist immer besonders wichtig. Es muss knallen. Es muss einfach knallen. Ah da habe ich auch einen Kumpel. Da legt das sehr viel Wert drauf. Auf die Lautstärke. Die neuen hier. Die stinknormalen China Ballardee. Die sind eigentlich nicht auf ihren Arsch. Wenn du dann. Wego Kanonschläge. Oder deutsche Kanonschläge. Oder Sachsen Knaller. Die es ja auch gibt. Die Dinger die sind ja wenigstens noch laut. Aber da kostet nur 3 Stück 2 Euro. Ja. Oder diese kubanischen Kanonschläge. Die sind auch nicht verkehrt. Die rumsen auch wie nicht. Aber ansonsten kann ich immer nur noch La Bombas empfehlen. Lasst euch halt bloß nicht erwischen. Ja. Also jedenfalls beim Kauf nicht erwischen lassen. Beim Rüber. Ansonsten wenn ihr die hier zündet ist scheißegal. Kann ja keiner nachweisen. Ah das sind so wirklich die heftigsten. La Bombas ja. Ja. Ich weiß noch nicht was die da alles mit rein stoppen. Ja wahrscheinlich alles. Aber zu empfehlen ist es auf jeden Fall nicht. Das muss man ganz klar sagen. Zu empfehlen ist es nicht. Wenn man es ordnungsgemäß verwendet kann es wohl nicht passieren. Aber die La Bombas sollte man nicht in der Vorte zünden. Ne. Definitiv nicht. Sollte man ja eigentlich bei solchen stinknormalen China-Böllern auch nicht machen. Bloß die haben ja eine Zündschnur wie Erich. Also keine Ahnung. Und der ganze noch nebenbei auch der Sack juckt. Da ganz schnell am Sack kratzen. Da ganz die Dinger wegschmeißen. Da zünden die nicht. Die haben ja wenn die dann abgebrannt sind. Haben die da drinnen nochmal 3-4 Sekunden wie die brauchen. Und dann knallen die erst einmal. Ja. Bei den La Bombas wenn die abgezündet sind dann knallt es gleich. Und da haben die nochmal so eine Zündschnur die gerade mal 2 cm lang ist. Ja. Deswegen sollte man halt aufpassen. Gefährlich gefährlich. So. Ah die knallen halt. Die knallen. Das stimmt. So. Zack zack zack. Ja gut. Das hätt ich jetzt auch noch mitnehmen können aber egal. Ja ich mach das mal. Mach das mal. Sehr schön. So. Also an dem Feld haben wir ganz schön zu tun. Alter Schwede. Ja. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres würde ich sagen. Ja. So wir nähern uns ja auch schon wieder dem Part Ende so langsam. So ganz langsam ja. So ganz langsam. Aber ich möchte jetzt schon mal auf jeden Fall allen einen guten Rutsch wünschen. Vor allen Dingen rutscht nicht aus. Bei dem Wetter ist das ja unwahrscheinlich. Bei dem Wetter ist es unwahrscheinlich. Wahnsinn ey. Es scheint die Sonne hier gerade dass es übel ist. So ja ne wie gesagt allen einen guten Rutsch. Einen guten Start auch ins neue Jahr 2014. Alle Vorsätze die man sich. Achso Renny was hast du eigentlich für Vorsätze genommen für das Jahr 2014. Gibt es da irgendwas erwähnenswertes? Erwähnenswertes? Nö. Nicht? Allgemein eigentlich nicht vorgenommen weil man soll. Ja keine Ahnung. Vorsätze sind eigentlich dafür da dass man es im Endeffekt wird. All dem nicht hält oder hast du dir eine Vorsätze für 2013 dieses Jahr umgesetzt. Ne. Außer gesund bleiben nichts weil Vorsätze sind meines Erachtens immer nur fürs Gewissen. Genau. Man redet so wenn es aufs Ende des Jahres zu geht ja im neuen Jahr im neuen Jahr und dann bumms ist das neue Jahr und im Endeffekt ist nichts passiert. Deswegen einfach nur gesund bleiben und das wünschen wir euch natürlich auch. Genau so und mit diesen ja so sanften und philosophischen Worten verabschieden wir uns dann auch wieder für die Folge und auch ja für die letzte Folge im Jahr 2013 bis denne. Tschüss. 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 Tschüss.